Wir sind schon wieder zurück. Wir mussten das letzte Mal... Das letzte Mal... Wie heißt die? Aiden? Da müssen wir hin. So, mal gucken, was sie uns hier zu sagen hat. Da hatten wir jetzt schon. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Ah, nee. Da hat es ruhig doch nicht abgeschmeichert. Aber wir sind ja schnell wieder da. Mein Vater war ein namhafter Cognoscent. Kokos was? Nee, kann ich doch nicht. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehopft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Cognoscenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Huch, das sind mal große Fußstopfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch... ...dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehopft wie gesprungen. Ich bin dir im Gehopft. Hier wohne ich. Du lebst in einer Bar? Äh, darüber. Ich mag dich immer mehr. Also, gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und, äh, wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady und den Apfel, aber, äh, hier trennt sich unsere Wege. Bitte warte. Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Oh ja, sehr gut an mir. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? Schick, wie in so einer Mittelalter-Spiel-Lunke. Ach, die bringt jetzt hin, die geht raus. Entschuldigung, wein versehen. Her damit! Na los! Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich's nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Oh, Gott, voll rein. Ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Torana sehr ausführlich. Torana? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind auch im Bruch, hm? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Ich mach das schon. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und... Danke. Ich hab nicht ja gesagt. Ich hab mal schattige Baume. Ja, das hatten wir ja. Okay. Die hilft in der Theke aus. Und war vorher in Schulhaus. Natürlich beliebter Treffpunkt. Ist klar. Und Charaktere. Und ist auch klar. Ach, die geht so langsam. Ach, hier gibt's doch ein bisschen was zu finden. Und halt. Aha. Sind sie das? Deine Eltern? Ja. Das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Genun. Er verlegte all seine Arbeit nach Pränost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Genun zerstörte. Seine Notizen sind in Pränost? Ja. Er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Oh. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann. Allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen. Vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder wie es war. Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier. Seine Notizen zu den Toraner. Ja. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hole also die Bücher, bringe sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen? Nein, nein. Ist nur eine Redens... Vergiss es. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei. Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Du leistest, Ethia, einen großen Dienst damit. Ah, darum geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich geh morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohr hauen? Aufs Ohr... äh... Schlafen. Oh, natürlich. Ich... Folge mir. Gelehrte, die in Mysore zu dem Zweck gegründet wurde, das gesamte Wissen Arthias zu sammeln und zu sortieren. Blablabla, also Bibliothek. 30 Gilden. 30 Gilden und insgesamt 300 Gelehrten. Okay. Also, wenn man so eine ist, ist es mal jemand Besonderes. Halt kein Wack, was in der Erde. Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lebe dir saubere Kleidung raus. Danke. Du bist in Ordnung. So, ich geh trotzdem noch ein bisschen hier rum. Darf ich mich hier frei bewegen? Ja. Gibt's da hinten noch was? Darf ich rum sprinten? Darf's trotzdem nicht. Ist da noch eine Münze? Nein, nicht. Felsen. Baa! Scheiße. Scheiße. Was macht der? Keine Sorge. Ordon hat dich erwähnt. Bleib vom Tor fern. Dort bemelt es von Wachen. Okay. Sonst ist hier nix. Okay. Hier war doch eben noch mehr. Aber da ist ne Wache und die... Wir sagen nix. Hi. Hi. Keine XP. Ah. Ja. Ja. Ich glaube am besten immer da speichern. Wenn ihr sagt speichern. Ja. Keine XP. Keine XP. Ja, ihr warst. Zur Ausrüstung zählen alle Gegenstände, mit denen frei sich ausstammen kann. Um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Meine Ausrüstung ist mir nie, um deine aktuelle Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welchen Fank der hat. Sie könnten dir den entscheidenden Vorteil bringen. Hi. Hutsnummer. Äh. Blablabla. Stehen wir mal drüber. Aber nicht erwartet, dass die mir jetzt Zauberkraft gibt. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Träter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier. Die wirst du brauchen. Eine Karte Äthias, damit du dich nicht verläufst. Hier. Da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. Eben haben wir aus dem Turmhaus geguckt, beziehungsweise gestern. Und da konnten wir nur ein paar Meter gucken. Rampelblah sowie die Stadt Köln. Okay, die wissen also nicht, ob die anderen Orte überhaupt nicht existieren. Okay. Komm, lass mich bewegen. Schön. Wieder ein neuer Archiv. Was soll man denn? Gut, das ist die Quest. Ausrüstung. Ausrüstung. Verpuls noch mal. Ja, gut ist klar. Und dann fühlst. Na. Ausrüstung gelernt. Auch klar. Nochmals, danke. Bitte. Tantas Segen. Dir auch, was immer das heißt. Die Stadt Kipal. 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 Einen Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch. Englisch ist das Diebstahl. Ein bisschen mehr. Wir haben erfahren, ist die letzte Stadt. Heute besteht gar nicht so einer U-Bahn-Unterstadt. Zwar werden die Rationen auch ratgerecht zwischen beiden Bezirgen aufgeteilt, doch die Unterschiede von Nebenstandards sind kaum zu übersehen. Wo das Stamm und Reich geht, ist es schon immer so. So. Ach, nehmen wir noch nicht. Anekdoten. So kann man auch Nebenkrebs erwähnen. Jeder Sauen geht schon, wir uns helfen. Ah, okay. So werden uns die Nebenquests angezeigt. Wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Tantas Segen. Moment. Wer bist denn du? Du bist doch nicht die, die von außerhalb der Stadt gekommen ist, oder? Doch. Tja. Aber stell mir bloß keinen Unfug an, hörst du? Ja, ist sie sich so gefallen? Ah, ja. Was ist noch? Doch da vorne ist unser Ziel. Ja, ja. Ja, ja. Hallo, schön mit dem Leben. Das Interagieren ist wohl nicht so angesagt. Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gäste. Ich kann auch keine Heiltränke herstellen. Ein Teich. Fast schon malerisch. Naja. Wer damit waschen und Böden... Eine Katze. Zum Glück gibt es Katzen auch in Erthia. Wo will sie hin? Ich nehme meine Katzen auf. Hol die Katzen, poliere sie schlussend auf. Was ist der Plan? Reden wir mal der Katze nach. Gott, die ist noch voll jung. Die Katzen gehören definitiv zum Spiel. Das nenne ich eine Müllhalde. Abfallbeseitigung ist schwierig, wenn niemand die Stadt verlassen kann. Hm, hier wolltest du uns hinführen? Aber kein Leckerli für die... Hübschen. Diese Holzpuppen waren ein einzelner alltäglicher Anblick in Erthia. Ah ja. Das wird heute aber zumindest eine ganze Generation sind da mit. Ähm... Spitz der Tanks? World of Tanks, meinst du Buddha? Eigentlich ja. Ich fahre nur wie viel über die... Zwischen innen... Warte, warte, warte. Okay. Das ist aber eine schöne Puppe. Heute sind das doch bei uns die winterlichen... Oh, wie heißen die? Nasen? Meine Frau nennt die mal Nasen. Und die gibt es nur zu Weihnachten. Du hast mich absichtlich hergeführt, oder? So. Du bist nicht Homer, aber süß. Das ist die schöne Klipskatze. Ach so, aber deshalb meinst du. Macht ich mal dasselbe mit ihr? Du bist nicht Homer? Ja. Und keine Ahnung, was sie macht. Die Suppe, die sie uns heute serviert haben, hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Dieser mieser Ratsher meinte, wir bekämen dasselbe Essen wie die Oberstadt. Wer es glaubt, wird selig. Lügner, allesamt. Ja. Ja. So ist das. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Wie kann es denn sein, wenn ich mit der Wache drehen kann? Fast am Ziel. Ei, ei. Zum Glück gibt es Katzen auch an Athia. Warum denn? Liegt dir etwas an diesen lächerlichen kleinen Kreaturen? Hä? Ähm, nein. Du willst mir Homer. Katzen sind mir vollkommen egal. Ja, das hier ist vorbogen. Und was will ich haben? Und was wird mich das kosten? Einen Apfel. Apfel? Vielleicht? Ich wusste es. Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Folge mir. Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Ich bin Olivia. Du bist Freak. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen. Oh, Puder. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Davor habe ich vorher mal gespielt. Das ist mein Fundsachenlager. Alter. Alles deine Beute? Nein. Nicht alles. Du bist Kohlzwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier. Heil dich damit, wenn du dir wehtust. Nun, es ist meins, Bruder. Okay. Praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Na klar. Ich bring's dir bei. Ach. Jetzt war ich schon. Ja, warte. Du meinst, äh, Dead Stranding. Mit dem Schauspieler von Walking Dead. Ja, okay. Ach, jetzt krieg ich was beigebracht. Spielsystem haben mich immer so ansonsten. Tritts Worten, die du unterwegs findest. Kannst du deine Umhänge, Halsketten aufwenden. Dafür willst du sicher Dinge erstellen. Ja, dafür benötigst du zwar keine Werkbank, aber wenn du eine gefunden hast, kannst du Stuttenteiltrinken eindecken und deine Ausrüstung aufwärten. Zeit! Ja, das war bei Epic Games und Sonsten. Federpause, also Federn, Metallklumpen. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Ja, vor allem nutzlosen Müll. Oh, wie ich dann einfach mich nicht mehr bewegen kann. Das ist ein bisschen zu einfach. Da ist es jetzt ganz ehrlich. Gehen da drei Meter nach rechts und dann findest du. Giftschaden wird halbiert, kann jetzt hergestellt werden. Erhöhtere Resistenz gegen Verteidigungsschwächung. Kritische Treffer. Todesstöße. Lebenspunkte. Verteidigungspunkte. Gehleitere Magie. Macht das Sinn jetzt schon? Ja, drei Sachen können drauf. Nicht so viel von allem, ne? Davon habe ich nur eins. Hm. Macht man nur Lebenspunkte drauf. Ich denke mal, dass ich ziemlich schnell noch einen anderen Umfang finden werde. Das fehlt mir immer noch. Du kannst alle möglichen Fertigungsmaterialien finden, indem du die Welt erkundest. Und wenn du genug davon sammelst, kannst du damit neue Gegenstände herstellen und deine Abwürfe verbessern. Gut. Ist zwar wichtig. Hey, Zwerg. Ich hab was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein. Nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehle nicht von Freunden. Freunden? Hm. Cool. Tja, als Freundin. Hier, guck mal. Wow. Was ist das? Bist du ne Tanta? Das ist ne Stiftlampe und... Nein, ich bin keine Tanta. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Evia. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Äh. Hör zu. Nach meiner Erfahrung. Achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie. Außer im Märchen. Ui. Das Kind. Keine Sorge. Okay. Tja. Ähm. Ich muss weiter. Ähm. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun steig erst mal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Danke. Ich, ja. Wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Oh Gott. Klar. Du kannst das. So. Was haben wir jetzt alles ins Archiv noch bekommen? Cool. Klar. Die Werkbank. Also noch die Katze. Gut. Das sind die Quests. Dann die Katze. Wo hast du denn? Ah. Die Küppchen. Die Münze. Ah. Jetzt haben wir noch Felsengras. Gut. Aber alles Fertigungsmaterial. Charaktere. Gutes Mädchen wahrscheinlich. Ja. Olivia. Lavia. Ist der nun Olivia oder Olivia? Ja. Ich wollte doch zu nahe hören, wenn die Leute den Namen sagen. So. Dann zieh noch. Man kann nur mit ihnen reden, wenn man vor ihnen steht. Tantas Segen sei mit dir. Du. Du bist die Entflohene. B-Bitte. Ich flehe dich an. Bitte tu den Kindern nichts. Okay. So. Dann würde ich sagen. Ich beende hier jetzt erstmal die Folge. Dann in der nächsten Folge gehen wir dann mal raus aus der Stadt. Gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Und da ist immer schon eine kleine Pause. Erstmal denkt dran, vergesst nicht ein Like dazu lassen und kein Abonnent bitte. Gern ein Abo raushauen. In dem Sinne würde ich sagen. Das sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.